Kampf der Reality-Stars Julia und Percival müssen gehen Für die beiden endet bei Kampf der Reality-Stars die Sendezeit. In der aktuellen Folge des Formats stießen drei Neuankömmlinge dazu, neben Peggy Jerovke zogen auch Sascha Sirtel und Niko Paczynski in die Sala. Vor allem Emi Rass, 23, legte sich sofort mit den dreien an und zeigte ihnen sogar... Musik Musik Wir mögen dich, es ist nichts Persönliches, erklärte die Ex von Steffen Jerkel dennoch. Percival scheint seinen Rauswurf entspannt zu sehen. Ich passte nicht da rein, überhaupt nicht. Musik Das ist nicht mein Ding. Ich bin kein Reality-Dies-oder-Das. Musik Der ehemalige Promi-Big-Brother-Kandidat sieht für sich keine Zukunft im Reality-TV. Musik Musik Ich bin fertig mit Reality-Shows, aber jetzt, da ich ein paar neue Bekannte und eventuell Freunde gefunden habe, werde ich sie mir ein bisschen mehr anschauen als vorher. Musik Die 48-Jährige nimmt hingegen Peggy, Sascha und Niko die Entscheidung übel, wie sie nach ihrem Exit verriet. Musik Es ist eine persönliche Sache, die ich nicht gut finde. Dennoch hatte Julia mit ihrem Rauswurf gerechnet. Musik Musik